Hallo ihr Schnuffels! Heute gibt es ein Video über das Thema unabhängige Entscheidungen. Also können wir wirklich tun, was wir wollen? Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, treffen wir irgendwelche Entscheidungen. Vielleicht welche Zahnpasta wir benutzen wollen, was wir anziehen, wenn wir zur Arbeit müssen oder in unser Büro gehen, was wir frühstücken wollen und wie wir vielleicht irgendwo hinkommen wollen mit den Ölmitteln oder mit dem Auto oder sonst wie. Das scheint alles unabhängige Entscheidungen zu sein, die wir willentlich für uns individuell treffen. Und dass wir das machen können, ist ja auch sehr hilfreich. Aber hast du schon mal wirklich darüber nachgedacht, ob deine Entscheidungen wirklich von irgendwas unabhängig sind? Denn wenn du achtsam für dein inneres Geschehen bist, wird dir schnell auffallen, dass jede deiner Entscheidungen immer auf einer Entscheidung davor beruht oder auf ein Geschehen ist, eine Situation, einen anderen Gedankengang oder ein Gefühl, was auftaucht. Also eine Entscheidung, irgendwas Bestimmtes zum Beispiel anzuziehen, beruht vielleicht auf deiner Erfahrung, dass es nicht super günstig ist, nackt ins Büro zu gehen. Wäre vielleicht mal was Besonderes, aber alles, was du entscheidest, ist immer abhängig von anderen Dingen und Situationen. Also sind wir niemals unabhängig in unseren Entscheidungen. Wir sind verbunden in einem Netzwerk aus Energieströmen, aus Verbindungen, aus Ereignissen, wie ein großes Spinnennetz, wo ganz viele Fäden sich ineinander verschränken und voreinander herlaufen, nebeneinander herlaufen, aber sich eben auch sehr oft überkreuzen und uns stark beeinflussen. Wir haben das Gefühl, dass wir einen freien Willen haben. Doch alles ist abhängig von dem einen einzigen Willen, den es nur gibt. Das eine Sein, das eine Leben hat eine Willensbekundung getan, die sich allerdings in billionenfacher Form ausdrückt. Also der eine Ozean wirft zigtausend und millionenfache Wellen und jede dieser einzelnen Welle scheint einen eigenen Willen zu haben. Und die ganze Sache ist sogar noch viel genialer. Das eine Leben ist wirklich in der Lage, jede einzelne Form mit einem scheinbar unabhängigen Willen zu bestücken oder beseelen, könnten wir mal sagen. Also das ist so, als wenn so zwei Handpuppen auftauchen und die eine sagt, dies oder jenes ist gut und die andere sagt, nein, genau dies oder jenes finde ich aber schlecht, das ist schlecht. Oder die können auch so auseinander gehen, andere Richtungen. Also scheint es verschiedene Willensausdrücke zu geben. Der eine mag dies, der andere mag das. Aber das Geniale daran ist, dass alles nur von dem einen Willen gesteuert wird. Der eine Wille kann sich also scheinbar aufsplitten in verschiedene andere individuelle Willen. Aber wenn du da rauszoomst mit deinem Gewahrsein, also das Ganze mal viel, viel globaler betrachtest, also von oben aus einer Perspektive, könntest du sehen, wenn du dir zum Beispiel das Modell des Ozeans noch einmal herbeinimmst, dass der Ozean miteinander vollkommen untrennbar verbunden ist. Die Welle, eine Welle läuft nach links, eine Welle nach rechts und das wirkt hier auf dieser Menschengebene wie eine Willensentscheidung, aber es ist ein Zusammenspiel aller Faktoren. Und dann denkt man, oje, wenn ich jetzt keinen einzelnen Willen habe, auch wenn es sich so anfühlt, bin ich dann nur eine göttliche Marionette, eine Marionette des Seins. Und dann könnte man sich vielleicht schnell unfrei fühlen, gefangen oder machtlos. Ich kann gar nichts tun. Wozu bin ich denn dann überhaupt hier, wenn ich keinen eigenen Willensausdruck habe? Es steht doch überall geschrieben, dass wir einen individuellen, kreativen Schöpfungsimpuls in uns tragen, dass wir uns individuell ausdrücken können. Natürlich will ich dir nicht die Lebensfreude nehmen oder sonst irgendwas, dass du bedrückt bist und denkst, was will der Mann hier von mir? Will er mir meine Freiheit rauben? Nein, im Gegenteil, ich möchte, dass du noch mehr Freiheit gewinnst. Denn alles wird von dem einen Sein gemacht und das bedeutet, dass du auch nicht für alles individuell verantwortlich bist. Es geschieht, wie es geschehen soll. Dann könnte man ja sagen, ja, wenn ich keinen eigenen Willen habe, was soll denn das Ganze hier? Aber du bist ein Ausdruck des einen Seins. Du bist mit allem verbunden und das bedeutet, dass du auch bedingungslos geliebt bist und eine Trennung überhaupt nicht existiert. Es ist eine unglaubliche Freiheit, ein unglaublicher Freiheitsgewinn zu erkennen, dass alles eine gewisse Fügung hat oder eine Sache abläuft hier, die wir gar nicht verstehen können, die größer ist als wir selbst. Also wir können nicht immer den Sinn der ganzen Sache erfassen und es ist keine Ohnmacht, wenn man das erkennt, dass man als einzelnes Ich nichts tun kann, sondern es ist ein Gefühl der Entlastung. Und es kann auch sein, dass man dann denkt, ja, wenn ich für nichts verantwortlich bin, könnte ich dann nicht mir eine Knarre kaufen und wenn es mir schlecht geht, anfangen, auf Leute zu schießen oder irgendwas Bösartiges zu machen. Ja, natürlich könnte das sein, aber die Angst, dass eine gewisse innere Hemmschwelle zum Beispiel wegfällt, ist überhaupt nicht notwendig, weil diese Menschen hier, die so geschaffen wurden, haben bestimmte Eigenschaften, bestimmte Charaktereigenschaften und Neigungen und die bleiben auch erhalten, wenn du erkennst, dass du kein kleines Ich bist, sondern das eine Leben, das auch in dieser Ich-Form dort auftaucht. Also man wird plötzlich nicht zu einem Wahnsinnskiller oder zu einem faulen Menschen, der dann nur noch auf dem Sofa sitzen bleibt mit dem Argument, ich kann ja überhaupt nichts tun, also lasse ich es einfach gleich alles sein. Das ist nicht der Fall. Wir sind aktive Wesen, wie das eine Leben auch aktiv und schöpferisch ist. Wir sind also eine Ausdrucksform des einen aktiven Seins und tun, was wir tun. Und dann kannst du auch wieder das vergessen, was du hier gehört hast und einfach so tun, als ob du unabhängig entscheidest, unabhängig kreativ bist, unabhängig irgendwas machst. Und wenn du dir mal Zitate vieler bekannter Künstler oder anderer Persönlichkeiten anhörst, wirst du oft hören, dass jemand sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das Werk zustande gebracht habe. Ich habe das Gefühl, es hat durch mich gezeichnet, durch mich gemalt oder durch mich dieses Musikstück komponiert oder durch mich das Klavier gespielt. Und das ist auch die Wahrheit. Und diese Menschen fühlen sich nicht ohnmächtig, sondern ich glaube, die fühlen sich sehr beseelt. Sie haben oft leuchtende Augen und fühlen sich beglückt, dass die Form, die natürlich trainiert werden muss durch Übungen vielleicht, zeichnen, üben, musizieren oder sonst was. Die Form muss dafür vorbereitet sein, aber dann übernimmt das eine Leben diese funktionsfähige Form und macht was, was ein kleines Ich überhaupt niemals schaffen könnte. Oder nur unter unsäglichen Anstrengungen und das Ergebnis wäre dennoch überhaupt nicht vergleichbar mit der Schönheit des Lebens oder mit der Schönheit der Lebenskreativität. Also unabhängige Entscheidungen gibt es nicht. Man müsste ja bis Adam und Eva zurückgehen, denn wie ich vorhin schon sagte, hängt alles voneinander ab. Und dass du dich so entschieden hast, beruht auf einer vorhergehenden Entscheidung oder Situation und dann geht das noch zu deinen Eltern zurück und so weiter und so fort und so fort. Also ein unbändiger Reigen an Entscheidungen unendlich lang bis zur Entstehungsgeschichte der Menschheit würde jetzt dafür dazu führen, dass du dich so entscheidest, wie du das tust. Eine Welle wird vom Ozean innerhalb des Ozeans hin und her bewegt und hin und her geschoben und kann nicht unabhängig entscheiden, wo sie lang laufen will. Aber das ist toll, weil man sich dann halt ganz und geborgen fühlt. Mit dieser Erkenntnis fühlst du dich viel leichter und frei. Du kannst mitspielen, was du möchtest. Du nimmst alles nicht mehr so schwer und vielleicht strengst du dich trotzdem hier und da an und bemühst dich, das beste Ergebnis zu erzielen. Das ist auch wunderbar. Aber alles, was hier passiert und was du machen kannst oder was wir machen können, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Deswegen kann es nicht die letztendliche Wirklichkeit sein und hat auch nicht die letztendliche Bedeutung. Im Grunde ist die Hauptbedeutung unseres individuellen Daseins hier, die bedingungslose Liebe zu erfahren, die wir in unserer Essenz sind. Denn wenn du erkennst, dass du mit allem verbunden bist und ebenbürtig bist, also weder unterlegen irgendwem oder irgendwas noch über einem oder über irgendwas stehend, wirst du demütig. Demütig, dankbar und fröhlich. Also du wirst zeitgleich erhoben und auch erniedrigt, also zurechtgestutzt und wertgeschätzt und das ist der goldene Weg der Mitte und damit fühlst du dich eins sicher und zu Hause. Vielen Dank.